Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxa. Das stimmt jetzt hier nicht. Was ist jetzt hier passiert? Webcam ist richtig. Transformieren, transformieren, zurücksetzen. So, in diesem Video geht es um C64-Spiele. Und zwar in erster Linie um Free-Spiele, also kostenlose Spiele, freie Spiele für den Commodore 64. Und zwar Spiele, die eigentlich recht aktuell sind, sag ich mal so aus den 2000er Jahren, 2020 plus Jahren. So in etwa. Genau, die kann man sich jetzt hier kostenlos runterladen, unter anderem auf dieser Seite hier. Psychotronik-Software nennt sich das Ganze. Und klar, jetzt sind es natürlich zur Zeit diese Black Friday-Angebote. Eigentlich gibt es auf jedes Spiel so um die 50%. Da kann man natürlich dann prima Spiele ergattern. Und hier sieht man schon, überall wo Free steht, kann man dementsprechend das Ganze dann kostenlos herunterladen. Oder so wie hier für 2,49 Dollar, wirklich für ganz kleines Geld. Gute Spiele, natürlich sind auch Spiele dabei, die sind jetzt so, naja, nice to have maximal so ungefähr. Aber hier habe ich doch das ein oder andere Spiel entdeckt. Und habe jetzt auch aktuell, habe mir da etliche Spiele jetzt runtergeladen, die ich dementsprechend auch noch nicht kenne. Das ist jetzt mein Plan für heute, die jetzt einmal anzutesten. Beispiel dieses Nixi, das habe ich ja letztes Mal schon mal angetestet. Ich weiß nicht, ob es im Livestream war oder in irgendeiner Folge, sage ich einfach mal. Und das war schon ein sehr, sehr schönes Spiel, auch mit wunderschöner Musik. Genau, dann habe ich es dementsprechend dann auch hierher gehabt. Ja, schaut da einfach mal selber rein. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also alles hier unter 3 Dollar. Ich weiß gar nicht, ob es ein Spiel gibt, was über 5 Dollar kostet. Wir sind jetzt in der Black Friday Edition. Oder hier 99 Cent. Ja, da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Autorennspiele, Ballerspiele, alles mit dabei. Ja, ich würde sagen, ich schmeiße mal den Commodore 64 an. Fackel nicht lange. Ich switche mal ganz kurz um. So, da wären wir auf den Commodore, ne? Ja, jetzt wären wir auf den Commodore drauf. Und ich muss jetzt bei mir noch für mich noch den Monitor anmachen, damit ich auch etwas sehe. Und dann würde ich sagen, starte ich einfach mal hinein in ein Spiel. Und als kleine Erneuerung möchte ich jetzt ganz gerne mal über diesen integrierten SD-Browser das Ganze hier starten. Der ist auch so eine Art File-Browser oder File-Browser, mit dem man dementsprechend dann auf die SD-to-IEC-Karte greifen kann. Und sich dementsprechend ein Spiel anladen kann. So, das wären jetzt die Spiele, die ich jetzt aktuell runtergeladen habe. Darkland, Ice Block hätten im Angebot. Jogun, Laika Free, aber das habe ich mir eigentlich schon mal gezeigt in irgendeiner Folge. Man Cave und so weiter und so fort. Gut, ich fange einfach mal von unten an. Warum nicht? Hier hätten wir eine Echse. Gut, da habe ich wohl etwas falsch heruntergeladen, weil teilweise sind hier auch DOS-Spiele mit dabei. Dann switche ich noch einmal ganz kurz um auf meinem PC. Dann wollen wir mal gucken, was da jetzt falsch gelaufen ist. Zytron, hier, ah, das gibt es wohl nur als PC-Version. Da haben wir nicht richtig aufgepasst. Genau, man kann etwa 2 Dollar spenden. Oder wie viel auch immer. Oder über No Thanks, Just Take Me To The Downloads. Dementsprechend das Ganze dann herunterladen. Das ist leider nur als PC-Spiel verfügbar. Okay, damit switche ich wieder um auf meinen PC-64. Damit hätte ich das auch geklärt. Dann nehmen wir das nächste Spiel. Jomp-64. Was ist das? Er sagt dann mir Error. Okay. Dann nehme ich vielleicht doch mal einen anderen File-Brother. Vielleicht kann ich es ja hier drüber starten. Oder ist ein Spiel, was nicht funktioniert. Ja, doch, von hier aus kann ich hier starten. Vielleicht ist einfach nur der Dateiname zu lang. Das kann natürlich sein, dass ich da aufpassen muss, dass der Dateiname nicht allzu lang ist. Ja, hier wäre ich auf jeden Fall drin. So würde es aussehen. Jomp-64. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Lassen wir mich da jetzt mal selbst überraschen. Ich starte einfach mal hinein. Und dann schauen wir mal, was da so passiert. Lass mal mit dem Ton. Klappt das noch einigermaßen. Ja, das müsste laut meinem Pegel eigentlich passen. Mit der Lautstärke. Wir hören mal so ein bisschen hinein in die Musik. Ob das was taugt. Boah, klingt doch schon mal nett, würde ich sagen, ne? Joystick-Port 2, das müsste der hier sein. Level 1, get ready. Oh, jetzt kann sein, dass sofort Action hier passiert. Oh, what's that? Ich sehe eine Kugel. Ich kann hier so nach rechts und... Ah, verstanden. Die sind über Löcher. Da darf die Kugel wohl nicht reinfallen. Oh, da muss man aber schon irgendwie... ...so ein bisschen um die Ecke denken. Was ich persönlich finde, die Auflösung ist jetzt nicht ganz so... ...also sehr pixelig. Und mein Spielprinzip ist nicht schlecht. Ich denke mal, gleich kommt noch ein bisschen Geschwindigkeit hinzu. Und ein paar mehr Löcher. Und noch ein bisschen mehr rumgeflackert. Bleiben wir mal hier, weil ich kann das Ding auch hüpfen oder irgendwas. Also, wenn ich drauf drücke, hüpft der, glaube ich, ein bisschen intensiver. Oder mache ich das nur? Dann gehen wir auf die rechte Seite. Die Spielidee ist jetzt erstmal nicht schlecht. Ich finde es unheimlich extrem pixelig. Level completed. Jawohl. Jetzt müsste ja eigentlich Level 2 kommen. Passwort. Trite. Trite. Gut. Also kann man dann wohl dementsprechend... ...von da aus immer wieder weiterspielen. Oh. Aha. Ja. Es wird schon anspruchsvoller. Es wird schon anspruchsvoller. Ich will eben, habe ich überhaupt... Da steht es. Lift 3. Hier, wo muss ich hin? Oh. Ah, man kann in der Luftkammer die Kugel noch lenken. Okay, man muss sich so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Okay. Hä? Wieso passt das nicht? Jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen verwirrt. Äh. Äh. Game over. Okay. Ähm. Ich denke mal, da brauche ich noch einen oder anderen Versuch noch für. Damit ich mit dem Spiel zurechtkomme. Was habe ich jetzt gemacht? Natürlich. So. Free. Wo ist Free? Da unten ist Free. So. Das wäre jetzt Darkland. Jetzt kommt Ice Block. Ice Blocks. Äh. C64 Mini. Nein. Dist. Yo. Dann haben wir noch eine Proc und eine Tape-Datei. Ich nehme die Disk-Datei. Und starte hinein. Und schauen wir uns das Directory mal an. Ice Blocks Plus. Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Run. Ice Blocks Plus Music by MD Smith. Split. Von 2018. Eieieieieieieieieieieieieieieie. What's that? Fire to start. Okay. Level one. Äh. Okay. Ich bin wohl dieses... Pinguin. Dieser Tux. Ich nenn ihn einfach mal Tux. was jetzt hier machen muss keine ahnung ich mache einfach mal alles kaputt ich glaube dieser feuerball verfolgt mich ein wenig mein war das kaputt hier weil ihr was meine aufgabe ist alles zu zerstören ich mache alles kaputt ja es gibt punkte fünf punkte gibt es für diesen blog gibt es für diesen blog auf fünf punkte und noch ein quietsch ja okay das ist meine aufgabe alle blöcke zu zerstören ich glaube was kriege ich hin behaupte die einfach mal level zwei okay kommen jetzt zwei feuerkugeln naja als ob ich hellsehen könnte ups was ist denn wenn ich so einen blog so dagegen schieße etwa so das sollte natürlich auch treffen oh der war knapp kann man den auch hier weg schießen nee das ist ein fester stein oder whatever ich bin mal jetzt an was von halten sollen weiß ich jetzt noch nicht so genau ah man muss nur die blöcke mit dem mit dem ei drin wie zerstören ok legoland wollen wir die eier jetzt das ist ein echter pinguin ist der muss auch seine eier retten ne das ergibt also langsam einen sinn das spiel ich bin gefangen ah 50 punkte man kann die also doch irgendwie irgendwie kicken mit diesem blog kommen wir hier nach oben ja ach ja voll easy voll wie so level 11 macht das schon mal was her ne würfel aber diesmal ok zwei würfel oh der wirbelwind so das war das game over passt ja auch ich wollte glaube ich nur bis level 10 machen und 11 ist geworden enter your name ich bin natürlich der ah ich verstehe schon klassik old school genau wenn da machen wir es so ich wollte eigentlich tux eingeben aber es macht ja nix so wir starten hinein in das nächste free play free da haben wir free so das war jetzt eisblocks jetzt kommt joe gun das hört sich schon mal ganz gefährlich an so was haben wir da artwork disked program und tape wir nehmen natürlich und starten da hat man da kann man auch was auf deutsch laden oder wir machen es über menü wir starten über menü hinein genau da können wir hier dementsprechend deutsch auswählen das finde ich schon mal sehr sehr gut dann kommt das spiel gleich ein paar zusatz gummi punkte von mir weil es auf deutsch ist ja die seite wo ich euch vorhin gezeigt habe aber ich habe da jetzt bei so zehn spiele runter geladen und ich musste auch noch mal ein bisschen intensiver forschen vielleicht gibt es da sogar noch mehr ähm free noch mehr free play spiele so was haben wir da den joe gun ja man sieht so ein bisschen nach indie aus was muss ich drücken space drücke vorher am port 2 kein problem endlich das muss sie sein äh was muss ich tun ah da 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 bin ich da ist joe die verlorene grabstätte das crocodile dandy crocodile king okay doch was habe ich glaube ich schon mal gespielt aber nicht besonders intensiv was muss ich das jetzt hier machen das ist nichts besonderes kann eigentlich springen ah da kann ich glaube ich springen ja naja aber das heißt springen der so ein bisschen äh hüpfen benutze achso ah ok du siehst nichts besonderes doch eine fledermaus ist bestimmt böse ah da klettern kann er auch was stand da ich kann das nicht lesen das sind hiero hieroglyphen ja ok 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 gehen wir schnell hier weiter oh ok 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 wie komm ich jetzt hier runter ja warte mal vielleicht kann ich hier ok 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 vielleicht muss ich hier irgendwie so besonders hüpfen etwa so oh uh und jetzt ah die tür aufgegangen schnell zurück aber das mit dem springen ist eigentlich mehr so ein gleiten ich finde so ein spiel steht und fällt auch mit so ein bisschen so mit der spielfigur als solches und die ist jetzt nicht ja ganz so ganz so sexy sag ich mal ah so kann der auch tun so kann der auch tun gehen wir mal schnell nach oben wo bin ich ah da bin ich oh ich wollte eigentlich über diese Schlange springen hätte auch fast funktioniert oh ja ok da muss ich was anderes einfallen lassen vielleicht dann doch lieber hierher ja ok 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 ja hm ja ich würde sagen ich teste mal das nächste spiel ne sind wir doch denke ich mal einer meinung für den ersten einblick sollte das auf jeden fall reichen free so das war joe gun ne leica free das habe ich auf jeden fall schon mal ähm mit euch zusammen gezockt oder zumindest angespielt auch so zwei drei minütchen das habe ich nur der vollständigkeit halber habe ich sie mit dabei gepackt und hätten wir man cave das kenne ich definitiv noch nicht und deswegen starten wir auch mal hier hinein und schauen uns das spielchen hier an so psychotonics präsent man cave drs digga ja das klingt doch schon mal gut soll das so sein soll das so sein ja dieses muster habe ich auch noch nicht gesehen oh ja das schauen wir uns doch mal an wenn sich da einer so mühe macht und so eine schöne grafik erzeugt mit einer netten musik dabei dann lassen wir das mal einwirken ja doch das gefällt mir schon mal aber oft ist es auch so titelbild ist top und das spiel als solches ist dann so ein bisschen ja wie soll man sagen interessant ist vielleicht das schönere wort oh ja doch das macht was her mit dem blitz was hält der da hoch so bilder ah das sind interessante zeitschriften deute ich mal so mit netten Damen psychotronic software presence m mega style production oder was stand da ich frage mich schon im endeffekt seit 1980ern diese ladestreifen ob die das so gewollt ist wo das einfach nur so passiert so was steht denn hier space for trufis press five to start mein gott was solls oh wer bin ich ich bin der mensch da in der mitte ne wer bin ich hey come back you little brat er ist weg was kostet das zu heiraten ja das ist teuer gut okay ich kann losgehen und los hüpfen was kann ich noch machen ich kann mich klein machen also der atmet okay stressfaktor ja das leben ist oh da liegt was am boden was habe ich denn jetzt eingesammelt ich habe siebenhundertfünfzig punkte eingesammelt ich denke mal vor denen muss ich wo flüchten kann man hier auch was machen warum gehst du jetzt in zeitclub hallo der kollege ist gestresst oder wie ich habe jetzt keine ahnung was ich jetzt hier machen muss ich kann auf jeden fall hüpfen schon mal nicht schlecht oh warte wir warten mal bis der kollege weg ist oh noch ein kollege ja geh schnell runter ist der schneller als ich ne genau so schnell schnell nach oben jawoll und das nächste item einsacken ich glaube das wird wohl meine aufgabe sein oh ich schnell nach unten schnell nach unten eindammeln eindammeln ich erinnere mich so ein bisschen an die computer people ein ganz ganz kleines bisschen aber ich habe nicht so ganz verstanden was ich hier machen muss au 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 schnell weg stresslevel ey warum ist das stresslevel so weit oben kann ich hier irgendwas aktivieren oh das passt nicht na dead dead ich verstehe noch nicht warum der kollege Stress hat wenn seine Kinder sind oder spielen die fangen oder sowas verstecken vielleicht hast du damit gemeint äh 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 was ist laus kollege ich verstehe nicht was ich hier machen muss äh oder mein stresslevel darf nicht zu hoch kommen aber nur wie kann ich den eindämmen mein stresslevel ich sammelt ich sammelt ich sammeln ich sammeln von irgendwelchen items denke ich mal aber ich muss ja da unten ok ich sammle alle items ein das ist mal hä what's up keine ahnung gut müsste ich mich mal so ein bisschen intensiver mit beschäftigen um da eine genaue aussage drüber zu treffen zu können ich spiele das nächste free game an sowas verlassen ist man man cave man cave es kommt er ok die lux edition oder was die lux die lux download also an die ist das ja das kann auch nicht gehen man kann aber auch mit open rein in einverzeig ist das können wir mal testen ich switch schon mal ganz kurz um auf meine homepage da habe ich nämlich ein befehl mir irgendwoher gemobst und die abgespeichert so open befehle open befehle hier war das irgendwo genau si to aici open befehle so verzeichnis wechseln das probieren wir noch mal aus mit open 1,8 hubs subsa so hier hätten wir den befehl so das wäre jetzt jeder befehl den brauche ich jetzt so ich switche wieder um ich tippe ab open 1,8,15 komma cd slash slash oder geteilt wie auch immer die name das wäre die lux die luxe don't load was kommt dann slash geteilt durch close 1 oder 15 close 1 natürlich ready jetzt geben wir noch mal ein load ja jetzt werden wir in den ordner oder in diese dist image besser gesagt von deluxe don't load drin und hier sehe ich hier rechts da sind auch jeweils wieder dies 1 2 3 das heißt ich muss in dis rein ja dann machen wir das noch mal geben wir hier ein dist ich bin da zu vorn mal ganz normal zu tippen er sagt ready ich sag machen wir von vorn also ein bisschen besser sieht noch und das ist ja normal tippen weil ich mein bildschirm geklärt habe ok open 1,8,15 komma wie war das noch mal cd slash und dann eher q das hat so schon mal nicht funktioniert was habe ich da jetzt falsch gemacht ich denke mal ich muss den vollständigen namen eingeben den ich jetzt nicht weiß deswegen macht das auch mehr sinn von vornherein schon auf der windows oder im einfach auf linux ebene richtigen kurzen dateinamen zu vergeben dass man da nicht so in schulitäten kommen kommt weil dieser kleine pfeil ist es entstanden weil der teilnahme zu lang war dafür nur maximal 16 zeichen haben also hier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 genau neun stück ist auf neun stück gekürzt aber in echt wird er wohl ja über 16 haben auf jeden fall gut das ist jetzt kein halsbruch in meinem fall ich resette alles und jeder ganz normal über den fall rosa hinein nie wenn wir den ordner free und genau hätten wir r q hier hätten wir die luxe downloads dann wäre hier dist genau und dann wäre hier dieses r q wo ich vorhin auch drin war und jetzt komme ich ja im normalfall eigentlich rein ein ziemlich langes directory zu sein ok ja welchen nehmen wir denn da boot würde ich sagen oder was ich auch ganz gerne mache ich gehe mit q wieder raus und lade das ganze mit sternchen,8,1 das hat so schon mal nicht funktioniert gut also boot geht nicht ja oder ich gehe mal hier über boot nochmal rein nee den mag er nicht oder er mag den fast loader nicht da muss man ja so ein bisschen tricksen ich denke ich mal weil da steht der boot also muss man das ja auch ähm ich lade das nochmal neu hier wäre es directory mit kill kann man den fast loader deaktivieren und ich starte einfach mal boot jetzt nochmal ohne fast loader geben wir mal ein list ja das ist 20 61 ne so slipstream eieieieieieieieieieiei ah einmal für den c 16 aber für den c 64 denke ich mal das bedeuten sollte ich gehe wieder raus und starte es so aha aha das war ein wenig zu schnell für mich loading simulation Ja, okay. Oh. Psychotronik Software Presence. Oh, das ist cool gemacht. Das war jetzt richtig gut. Oh, das ist mir noch spannend. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, effektvoll. Okay. Oh, das ist einfach nur so eine Demo. Oh, was soll das darstellen? Ah, doch, man erkennst noch eine City im Hintergrund. Ja, warum nicht, ne? Muss ich aktiv werden? Ah, ne, sie lädt. Sie lädt. So, da warten wir noch einen Moment. Einen ladenden Commodore soll man ja nicht stören, ne? Okay. Hehe. Nicht schlecht. Okay. Was passiert jetzt? Uh. C16. Schräg schräg C64. Also das schafft auch eine C16? Okay, interessant. Okay. Muss ich irgendwas tun? Oder muss ich einfach nur gucken und staunen? Ja, ist schön gemacht. Ja. Aber wie früher, wenn man Fernseher geguckt hat, Sendezeit zu Ende, Testbild zu Ende, und dann irgendwann kam Schnee. Ah, cool. Take off. Take off. Schlecht. Okay, er lädt wieder. Okay. Da steht immer noch Wade. Aber er lädt nicht mehr. Ich bin nur ungeduldig. Ah, ready? Entschuldigung, you ready? Muss ich schießen? Ich denke mal, ich muss schießen. Oh, 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 oh. Auf wen? Auf was muss ich schießen? Da muss die Gesichter heißen. Boah. Komm her, du. Das gelbe 3 gehört zu mir. Kann das sein? Ready. Ja, ich bin ready. Keine Frage. Hat ich was falsch gemacht? Oh. Da kommt eine Galaxis auf mich zu. Ho, 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 ho. Oh, da muss ich gelbe auch abschießen. Oh. Oh. Da muss ich auf die Galaxis schießen. Ah, nee. Lieber auf die Brocken, die auf mich hier zukommen. Uuuh. Da habt ihr mich getroffen, ne? Ich meine, ist natürlich vom 3D-Effekt her schon irgendwie ganz cool gemacht. Kann man hier Dauerfeuer machen? Ich heu Dauerfeuer an. Ja, ich denke mal, es soll es an der Stelle gewesen sein. Ich verabschiede mich jetzt und bedanke mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf.